Holzbaubetriebe und Zimmereien stehen heute mehr denn je unter einem permanenten Druck. Hohe Erwartungen an Just-in-Time-Zulieferarbeiten, Null-Toleranz bei witterungsbedingten Verzögerungen oder Ausfällen. Doch was würden Sie sagen? Wenn es für Sie die Möglichkeit gäbe, jeden Tag im Jahr 100% Leistung zu bringen, egal bei welchem Wetter. Was würden Sie sagen, wenn Sie eine unverwüstliche Arbeitsfläche hätten, die Sie millimetergenau einstellen können? Was würden Sie sagen, wenn Sie in perfekter Qualität mehr Teile in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand produzieren können? Wenn Sie unabhängig von Größe und Form alles bauen könnten, was Sie wollen. Und das alles ohne extra Rüstzeiten und zusätzlichen Platzbedarf. Wir, die Firma Pensko Verbau, sind ein Generalunternehmer und bauen Ziegel- und Holzbauweise beides. Durch die Fertigbauteile im Ziegelwerk mussten wir im Holzbau nachziehen. Wir waren auf der Suche durch den Tektor Fix 3000, sind wir dessen fündig geworden und stellen jetzt nach zwei Saisonen fest, dass wir hier drinnen in der Halle im Trockenen, wie nur zwei Mann, dessen weit voraus sind. Hallo, wir sind ein Zimmermeisterausbetrieb aus den Herzener Oberpfalz mit 27 Mitarbeitern, haben uns letztes Jahr für Tektor Fix entschieden, weil wir gesagt haben, dass das zu unseren Innovations- und Investitionsplan gehört. Wir haben festgestellt nach der Installation, dass Tektor Fix unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen hat und können das nur weiterempfehlen. Wir haben festgestellt, dass Tektor Fix unsere Erwartungen bei Weitem übertrieben wird.